Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, let's get back. So, the main question is how we can generalize the SDGs. So, one way is to do SDGs. So, there are arguments. 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 So, a of K of R on the right side. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 So, in der Lage ist, die wir mit dem dann die Quartierinie hinweg. So, basically, wir haben einen Räder in den Räder von der Räder. Oh, ein Räder. Der Räder wird von der Räder in den Räder. Die Räder in den Räder ist 1 in 2. Das ist 2-segmentalte Räder. Und dann haben wir das, dass diese Nachteile, sind ein Handy. Die Nachteile mit dem Text. So, ein bisschen hier. Und hier, sehen wir, dass wir hier zwei, 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 drei, zwei. Die zwei hier sind, das ist hier, weil wir da sind, dann sind wir da. Der Kontrakt von dieser Nase ist 0, 1, 0, 1, 0, 1. Und wenn wir hier in der Nase 0, 0, 0, Wir müssen 0 auf 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 0. Das ist von der falschen Seite. Das heißt, es ist auf den Städten. Das heißt, es ist ein sehr schönes Moment. Das ist von der Falle 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 Ohm So, Also, wenn man das mit dem ... 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 Das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Und das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Aber es ist ein Kaffee und es ist ein Kaffee. Mein Name ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. So, we want to optimize sum. So, we optimize the step of x, sum is 2, x equals 3. So, one way to do this is, you talk about more. There is a variation in the test of the top-to-line, this is the type of unit. But the part of the way is the form. So, what would be the ideal training set? What is the problem with this formula? The problem is this formula that you cannot see. So, the extent that I know of the basic, it's not the extent. I don't know why. I don't know why. I don't know why. But, when I say that, I don't know why. You always have to be prepared to come to me. So, what's the problem with this? How do you? There are also things that we can say that. There are also things here. You can use the term. Yeah, we have the main focus. We are also unable to be violating the states. So, how do we hold this problem? You can use it. Yeah, we have the same. But, actually, there is a method. So, what is it? There is no problem with the main focus. We don't know. We don't know anything about . so, students are open. What needs the main focus? Right. We need to see this challenge.